Die Kamera ist wirklich genial. Als hier mit der Live-Build-Kamera gekommen ist, ist es ziemlich klar geworden. Einfach die Präzision, die Schnelligkeit und auch die Küche hier haben. Vom Anrüsten her ist natürlich eindrücklich bei der Kamera unten als Untergrad die Kühe wirklich die Sitze reinigen. Sie werden gewaschen, sie werden mit der Luft trocknet und die Sitze sind wirklich sauber. Ich habe das Gefühl, ich melke sauberer als wie wir selber melken. Deshalb spreche ich von Rapidität. Sie wird sehr, sehr schnell finden. Sie hessit sehr rare. Wenn es melkt, stellen die Kühe tipptopp. Dann ist es absolut wohl. Die Sitze tauchen, das ist einzigartig. Die Kühe werden super tippt. Das zeigen ja auch die Zellzahlen. Und man sieht es auch, wenn sie rausgehen, dann ist es wirklich leer. Also das, was mir versprochen wurde, was den Roboter kann, den kann er auch. Einfach die Lupe. Die Kühe The Co. Die Kühe Die Kühe Die Kühe Die Kühe Die Kühe Untertitelung des ZDF, 2020